Wie sieht diese ganze Aktion aus? Wir haben der Aktion letzten Monat angefangen aktiv zu betreiben. Es handelt davon, dass wir 25 bedrohte Jugendclubs im Land Brandenburg unterstützen wollen. Wir haben auch versucht, dies mit Hilfe von Prominenten zu tun. Allerdings haben sie sehr lange auf sich warten lassen, weil wir nicht prominent waren genug, dass sie mit uns zusammenarbeiten wollten. Aber jetzt, wo wir in die Charts eingestiegen sind, meldet sich doch einiges schon. Also konkret geben wir ein Konzert im Jugendclub Kruger, das ist in Brandenburg, und wollen damit unseren Beitrag zu dieser Aktion. Du sprachst schon die Charts an. Wenn jetzt zum Beispiel ein Jugendclub kommt, Mensch, Steve, altes Haus, hol mal die Kohle raus, ihr seid in den Charts. Was macht ihr da? Tja, warum nicht, wenn ich es habe? Okay. Okay. Gut, dann freuen wir uns jetzt auf And One Life Isn't Easy in Germany. Gut, dann freuen wir uns jetzt auf And One Life Isn't Easy in Germany. Okay. The way it was, it used to be. Well, it had to change as we all could see. We're twice as big and yet so small. Now we have to share here in Germany. When skins woke up as linen broke down. Driving fast through United Towns. Clubs being closed and fights ahead. Now we have to share, so the Chancellor said Life isn't easy in Germany Life isn't easy in Germany Such boring days for kids in the East Where should they stay, how to be pleased? The freedom of speech playing democracy, boy Life isn't easy in Germany Life isn't easy in Germany, don't you see? That life isn't easy in Germany Life isn't easy in Germany Life isn't easy in Germany Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.